Was ist heilig, was mich berührt, was mir Sinn gibt in meinem Leben, was mich heil macht, auch in schwierigen Situationen, wo ich auch merke, dass vieles in meinem Leben, was vielleicht nebeneinander steht, auch einen Sinn mit Zusammenhang hat, wo ich auch spüre, das hat etwas mit Gott zu tun, was ermutigt mich da. Heilig sind mir auch Freundschaften mit Menschen, wo ich auch spüre, die sind echt, die sind ehrlich, die sagen mir auch ihre Meinung. Heilig ist mir aber auch, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ich auch merke, da werde ich nicht nur gefordert, da darf ich auch mal so sein, wie ich bin. Herr Jung, was ist Ihnen heilig? Mir ist meine Familie ganz, ganz heilig, weil die Familie gibt mir den Rückhalt für alles das, was ich so tue. Dankeschön. Zuerst Familie, Freundschaft, Liebe, gute Gemeinschaft, dass man anderen gegenüber ehrlich ist und das andere ist auch ehrlich mit einem ein. Was ist Ihnen heilig von mir da? Ganz heilig ist mir meine Familie.